Die Fotografin Lindsay Villatoro von Love Song Photography hatte eine ganz wunderbare Idee. Sie überraschte ein junges Mädchen zu ihrem Geburtstag mit einem herzerwärmenden Fotoshooting. Denn Lindsay hatte erfahren, dass der 62 Jahre alte Vater des Mädchens an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Da der Krebs erst im vierten Stadion diagnostiziert wurde, würde es vermutlich ihr letzter Geburtstag sein, den ihr Vater miterlebte. Bewegt von diesem traurigen Schicksal beschloss die Hochzeits- und Porträtfotografin einen Moment zu ermöglichen, den Tochter und Vater ansonsten wohl niemals erlebt hätten. In nur wenigen Tagen organisierte sie mit Hilfe vieler Freiwilliger eine Hochzeit für Josie, damit sie von ihrem Vater Jim zum Altar begleitet werden konnte. Die Bilder dieses liebevollen Moments zwischen Vater und Tochter wurden wieder und wieder im Internet geteilt und auch Daily Mail und die Huffington Post berichteten von diesem Ereignis. Villa Toro organisierte in nur 72 Stunden ein wunderschönes Hochzeitskleid, ein Catering, Blumen und einen Make-up-Artist. Außerdem gab es einen kleinen Verlobungsring für Josie und natürlich auch eine Hochzeitstorte. So viele Menschen waren bewegt von Lindsay Villa Toros Idee und so gelang es, dass die gesamte Hochzeit durch Spenden finanziert werden konnte. Es war ein überwältigender Moment, als Josie an ihrem Geburtstag von ihrer Mutter von der Schule abgeholt wurde und von der Überraschung erfuhr. An diesem Tag flossen viele Tränen. Doch am Ende des Tages sagte Josie, dies sei der schönste Tag in ihrem Leben gewesen. Dies ist eine Geschichte der Hoffnung. Die Fotos zeigen einen der glücklichsten Momente, den Väter und Töchter auf der ganzen Welt erleben und dank der Fotos von Lindsay Villa Toro wird sich Josie ihr Leben lang an diesen Moment erinnern können. Auch wenn ihr Vater ihre richtige Hochzeit nicht mehr erleben wird, wird ihr immer die Erinnerung bleiben, von ihrem Vater zum Altar geführt worden zu sein. Die bewegenden Aufnahmen veröffentlichte Villa Toro unter dem Titel Walk Me Down The Azel Daddy. Vergesst nicht ein Like dazu lassen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke doch auch für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald!